Ja halli hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Wir sind immer noch im Tempel unterwegs, jetzt habe ich hier gerade Nate. Wir haben im letzten Part so ein paar Ringe aktiviert und wollen mal gucken, was das jetzt für Auswirkungen hat. Und drücken jetzt einfach mal Knopf. Ich drücke auf die Knöpje. Ein holländischer Terrorist war das. Äh, aha. Interessant. Da ist jetzt gerade unglaublich viel passiert. Ich habe die Ereignisse kaum überblicken können. Unglaublich. Ah. Wasser kommt da jetzt rein. Okay, dann kann ich jetzt also mich selber da hoch teleportieren, also, äh, bewegen, transportieren lassen, keine Ahnung. Benutzen wir das Rad mal. Äh. Was bringt mir das, wenn ich das Rad drehe und dann hier eingesperrt bin? Die Tür ist verschlossen. Ja. Toll. Die Tür ist verschlossen. So. Äh, hat sich hier oben irgendwas getan? Wir gehen mal in den Raum. Äh, nö. Nanny, my honey. Hier ist ja gar nichts. Sacrebleu. Da esse ich doch gleich ein Cordon Bleu. Haha. Ich esse sehr gerne Cordon Bleu. Hm, wirklich köstlich. Wobei das jetzt hier, glaube ich, nichts zur Sache tut. Das hilft uns nicht unbedingt weiter. Gut, dann gehen wir mal eine Etage höher. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Sieht auch so aus, wenn ich da reinkriechen kann. Schnell, Nate. Zu langsam. Schnell, Nate. Geht doch. So, dann warten wir einfach mal und trinken Tee. Ah, lecker. Schmeckt das gut. Ah, ich hab ne Idee. Okay, eben hat sie doch angesagt, also die Ivo, dass sie das nur nicht aktivieren kann, die Kombination, die sie machen wollte. Vielleicht muss ich da ja erstmal das Rad drehen, mich einspinnen und dann geht das. Machen wir gleich mal. Dieser Gang war vorher noch nicht da. Könnte interessant sein. Leider hat er wieder nur Gnomengröße. Ja, dann gehen wir nochmal mit Wilbur da gucken. Ob er sich da runter wagt. Aber den Plan mit Nate werde ich auch gleich nochmal in die Tat umsetzen, den ich gerade gefasst habe. Vielleicht klappt das dann ja. So, dann gehen wir mal runden. Hopp. Hopp, 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 hopp. Ja, wunderbar. Er bleibt sogar hier stehen. Vielleicht führt mich das jetzt zum letzten Kristall und dann hätte ich das ja schon fast gelöst, das Rätsel. Außer, dass wir Nate noch nicht nach oben befördert haben, wobei das gar nicht mehr so das große Problem sein sollte. Der Gang ist fast so klein wie die Luke drüben bei der Leiter. Nur kann man hier nicht einmal sehen, wohin er führt. Ah, das kriegen wir schon irgendwie raus. Aha, hier bin ich also. Jawollah. Ist da noch ein Kristall? Si. Si, Senora. Ja. Ausgezeichnet. Gut gemacht. Danke, ich weiß. Äh, okay. Wilbur ist toll, muss man schon sagen. Er schafft es tatsächlich, Kristalle herunterzuwerfen. Ich bin immer wieder erstaunt. Habe ich da was vergessen? Nicht, dass ich da jetzt schon wieder was vergessen habe. Ne, da soll ich scheinbar nicht nochmal hin, also habe ich da auch nichts vergessen. Gut, einziges Problem, was jetzt noch bleibt, wir müssen Nate nach oben bringen. Und da habe ich jetzt natürlich den ultimativen Plan. Und, äh, ihr werdet gleich sehen, was passiert. Oder aber ihr werdet sehen, dass nichts passiert. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal alle drei Kristalle. Und damit könnten wir ja eventuell die große Tür öffnen. Und dahinter könnte sich ja unter Umständen das mächtige Artefakt befinden, was wir brauchen, um die Welt zu retten. Ein ziemlich geringes Ziel, aber ich nehme mich diesem Ziel doch an. Da lasse ich mich zu herab. Ja, was muss Nate auch so ein großer, stinkender, müffelnder Mensch sein? Kann er nicht einfach ein kleiner Gnome sein? Dann würde er auch durch diese Luke passen, könnte einfach die Leiter hochsteigen. Aber nein. Schau mal, haben hier auch irgendwie Kleinwüchsige diesen Tempel, äh, unterhalten. Vielleicht waren es ja sogar Gnome. Oder Zwerge, die sind ja auch recht klein, nicht ganz so klein wie Gnome. So, nun geht es wieder nach unten. Schon, äh, aber eine tolle Erfindung hier, ne? Die haben den Fahrstuhl erfunden mit Wasser. Finde ich gut. Muss man honorieren. So, dann betätige das mal bitte. Dann nehme ich jetzt hier die Schotten dicht. So, und jetzt nehmen wir mal Evo. Der bleibt einfach mal da unten versauert. Und dann machen wir mal das, was ich eben schon gemacht habe, aber er nicht unbedingt das aktivieren wollte. Oh, es ist sogar noch eingerastet. Kalt. Nass. Ja! Sehr gut. Und somit haben wir alle drei zusammen gleich oben. Jetzt muss Nate nämlich nur noch hochklettern. Ah, schön. Da haben wir das auch schon geschafft. Wir kommen gut voran, Freunde. Das war eine Musik wirklich sagen. So, kriegst du da durch? Das kriegst du hin, ne? Das sieht jetzt nicht so eng aus. Mit engen Löchern kennst du dich doch aus, Nate. Du alter schwere Nöter. Äh, das geht so. Ähm. Okay, Evo. Wir müssen jetzt mal... Dein Typ wird verlangt. Hübsche Elfendame. Die ich gar nicht mal so hübsch finde, außer ihr Gesäßteil. Jetzt so streng gesichtszügig, weiß nicht. So, jetzt sind wir alle drei da. Evo wird jetzt einfach mal die Kristalle jedem Einzelnen geben. Oder wir stecken die erstmal ein. Machen wir das doch so. Und da drin geht es wohl in die Höhle des Löwen. Eventuell ist da ein epischer Endboss, der auf uns wartet oder so. Was ich eher nicht glaube. Aha. Ja, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Oh mein Gott. Die passen da tatsächlich rein. Unglaublich. Boop. Genau das gleiche wie drüben. Ja. Unglaublich. So, dann berührst du jetzt mal die Figur. Ich kann mal dann aussuchen, mit wem ich reingehe sogar, ne? Ich glaube, ich nehme sogar Nate, die alte, die alte Sogge. Aber der muss er aber da hin. Der Kristall in dem Tor würde mich schon reizen, aber die Erfahrung sagt mir, dass hinter einem solchen Tor ein noch größerer Schatz wartet. Aha. Okay, alles klar. Nicht schlecht. Ja, der leuchtet. Ja gut, dann machen wir erst mal Wilbur. Die Ivo weiß, was sie zu tun hat. Die bleibt einfach da festgeklebt wie ein Uhu-Kleber. Ja, Nate muss irgendwie wieder zum Ausgang rennen. Das ist echt etwas, was ich nicht nachvollziehen kann in diesem Spiel. Aber das wurde halt so programmiert und da muss man es so hinnehmen. So, Nate, du gehst mal durch die goldene Mitte, denn ich möchte, dass du auf der anderen Seite mal ein bisschen dich umschaust. Denn ich glaube, es kann nur einer zur Zeit gehen, weil wenn die loslassen würden... Das Tor bleibt nur so lange offen, wie alle drei Kristalle berührt werden. Das heißt, nur derjenige, der an dem Tor steht, kann es passieren. Und wer soll gehen? Das ist die Frage. Ich bin so klein, dass ich überall durchkriechen kann. Und Captain Nate ist stark. Und Ivo ist sexy. Wie sollte uns das helfen? Keine Ahnung, ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, dann geht doch wohl der Nate, der große, starke Mann rein. Soll ich da jetzt wirklich rein? Ich habe nicht so Bock, dass Wilbur irgendwie überall durchkriecht. Also dann, ich versuche das Tor von der anderen Seite zu öffnen, nachdem ich den Schatz gefunden habe. Captain Nate ist sehr mutig, nicht? Hm. Oh, ein Lade-Screen. Das heißt, es kommt ein schöner neuer Bildschirmabschnitt wahrscheinlich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bin aber mal gespannt, du. Nun lad mal schneller. Schneller. Für ein Android-Tournament spielen. Komm schon. So derbst du dich, äh, sonst werde ich gleich meine Tastatur zerdeppern. Naja, das mache ich nicht. Die war teuer. Also schön, liebes Gold. Wo bist du? Ach du Kacke. Wo sind wir? Äh, boah. Ey. Ey, was ist das hier, ey. Was los, Mann? Was los? Dann gucken wir uns hier einfach mal ganz gemächlich um. Alter Schwede. Was ist das denn für komische Start... Entschuldigung. ...Statuen. Ein gewöhnliches Holzpaddel. Als Luftschiff-Kapitän habe ich mit diesen Dingern eher selten zu tun. Oh, nehmen wir mal mit. Hm. Nicht jeder kann so ein guter Kapitän sein wie ich. Wie kommt bitte ein Typ mit einem Ruderboot mitten in eine Höhle? Das verstehe ich jetzt nicht. Ey, das verstehe ich jetzt nicht. Das muss man mir mal erklären. Aber ist auch egal. Oh, Metallstange. Eine kräftige Eisenstange. Gut einen Meter lang und etwa zwei Zentimeter am Durchmesser. Ja, das finde ich schön. Das hast du auch in der Hose, wa? Ach, naja. So, ja. Mit dem Boot können wir nichts machen. Da haben wir noch Steinchen. Alle süße, kleine Steinchen. Ja, die nehmen wir natürlich auch mit. Ich bin ja ein passionierter Steinsammler. Einige kleine Steinchen. Blank und rund gewaschen von der Strömung. So, wie ich sie am liebsten mag. Klein und rund gewaschen. Äh, wund. Ne, rund. Egal. Schön. Steinchen. Ja, meine Schale. Ist das so eine Opferschale? Sind das irgendwelche alten, heidnischen, hast du nicht gesehen, Götter? Das dürften irgendwann mal Opfergaben für die Gottheit gewesen sein. Ja, oder nur eine Gottheit. Wahrscheinlich hatte sie aber keinen Hunger und hat das Zeug vergammeln lassen. Was für eine Verschwendung. Hm. Ölsardinen in einer Dose. Die könnten sich doch noch gehalten haben. Und eine Steinscheibe. Klar, ich opfer meinem Gott auch Ölsardinen. Da steht er total drauf. Hm. Halterung. Hm. Für mich sieht es so aus, als könnte man hier wieder diese Kristalle von drüben einsetzen. Ja. Ja. Alternativ könnte ich das Tor einfach dicht lassen, mir die Kristalle schnappen und mir ein paar Monate ein schönes Leben machen. Das klingt gar nicht nach einer so schlechten Alternative, finde ich. Hm. Für mich sieht es so aus... Ja. Hm. Da ist ein Tor. Wo geht's da wohl hin? Ich würde behaupten, die Erbauer des Tempels haben diese Monstrosität angebetet. Vermutlich haben sie ihr kistenweise Gold- und Edelsteine geopfert. Welch Verschwendung, welch Verschwendung. Was man da sich für ein Luxus leisten für könnte. Erst einmal sollte ich die anderen hierher holen. Wenn sie schon die Hälfte des Schatzes bekommen... Oder sagen wir ein Drittel, sollen sie gefälligst auch helfen. Kann ich die hier überhaupt reinbringen? Wollen wir gleich mal gucken. Ich hab schon größere Monster gesehen und die waren nicht aus Stein. Na gut, na gut. Wir haben natürlich jetzt eine Metallstange, mit der wir wahrscheinlich Türen aufbrechen können. Wir versuchen mal die Tür aufzubrechen, damit unsere Freunde herauskommen können. Hereinkommen können. Aber ich glaube nicht, dass die so dilettantisch gesichert ist. Ich glaube, die ist schon so ein bisschen härter. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Mein, er läuft da auch lang ganz, wenn er gerade einen Sonntagsspaziergang macht. Ich sehe keine Ritze und keinen Spalt, wo ich ansetzen könnte. Hm, scheiße. Paddel. Das hilft uns also schon mal nicht. Ja, die Steinteile sind natürlich auch Blödsinn. Ja, dann machen wir doch erstmal die Tür da auf, weil da sehe ich auf jeden Fall so eine kleine Ritze. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ach ja, ich übernachte heute im Ritz. Das sind ja auch die Ansprüche, die ich zu pflegen hege. Ah. Wunderbar, darf ich eintreten? Schön, jetzt hätte ich gerne heiße Schokolade. Ach du Kacke. Das sieht irgendwie aus, als wenn irgendein Gnom sich das alles erdacht hätte. Drücke den Knopf. Ich will aber den Knopf hier nicht drücken. Sonst geht hier alles in die Luft. Zylinder. Ein abgerundeter Zylinder mit Steindeckeln und einer kleinen Luke. Nicht gerade zierlich, das Teil. Hm, sieht ein bisschen eigenartig aus. Naja, nehmen wir mal mit. Aha. Okay. Könnte mal was reinpacken. Rohrpostzylinder. Ja, Rohrpost. Das heißt, wir können da genau... Ein bisschen futuristisch angehaucht, das Ganze. Der Tempel wirkte total altertümlich irgendwie. 50.000 Jahre alt. Und das hier wirkt, äh... Ja, fast wie Wilbours alte Hütte. Nichts. Alles tot. Oh, da haben wir fast gedacht. Mysteriöse Maschinen und unsinnige Apparaturen gehören zur Standardausstattung von Tempeln. Zumindest von Untergegangenen, in denen es Schätze gibt. Die Maschine ist tot. Da tut sich gar nichts. Haben wir hier sonst nichts weiter? Hier haben wir Steinscheiben. Und ich hab ja eine Steinscheibe. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Hm. Zwei Steinscheiben mit einem Schaft in der Mitte. Die untere Scheibe ist größer als die darüber. Es sieht aus, als... Als würden Scheiben fehlen. Auf den beiden Scheiben sind Symbole eingeritzt. Derselbe maritime Kitsch, der draußen überall an den Wänden ist. Wollen wir mal gucken. Hm. Nee. Diese Scheibe ist zu klein. Da muss erst noch eine andere drauf. Okay. Dann fehlt mir scheinbar noch eine Scheibe. Haben wir hier sonst alles? Nee. Das Schild können wir noch lesen. Steht denn da Gnom? Auf dem Schild steht... GnomTech Tempel Kontrollsystem 1000 TM. Huh. Das macht die Sache gefährlich. Ja. Da brauchen wir vielleicht doch Wilbur. Hm. Vorrichtung. Das ist... Irgendwas. Keine Ahnung. Das ist... Ja, das ist eine Vorrichtung. Da kennst du dich doch mit aus. Mit Vorrichtung. Ah, eine Schublade. Das habe ich auch übersehen. Bei allen Göttern. Diamanten. Edelsteine. Geschmeide. Kunstvolle. Nur ein Scherz. Hier liegt eine Steinscheibe. Sonst nichts. Und Scheiß aber auch. Ich hatte schon Hoffnung, dass wir jetzt durchbrennen können. Mit Ivo. Was weiß ich, was wir mit denen anstellen, aber... Das wäre gut. Gut, dann machen wir das jetzt so. Jetzt haben wir ja beide Steinscheiben. Passt. Ach so, Entschuldigung. Ich wollte das Wort nicht... ...abbrechen. Das war's. Die vier Scheiben übereinander sind jetzt genauso hoch wie der Schaft in der Mitte. Was habe ich jetzt davon? Also gut. Was ist dein Geheimnis? Hm. Und nun? Okay. Da sind Schaltern. Wir können das drehen. Wir können aber mit den Schaltern scheinbar nicht besonders viel machen. Der Schaft lässt sich hineindrücken. Hm. Die Maschine scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. Mhm. Okay. Das erste grüne Lämpchen blinkt aber. Das heißt, das erste müsste richtig sein. Ich glaube, so wird das irgendwie symbolisiert. Ja, jetzt sind beide richtig. Wobei, ist gelb nicht eher so fast? Gucken wir mal, ob da sich was tut. Jetzt sind beide gelb. What the fuck? Machen wir mal weiter. Keine Ahnung. Muss ich ja nicht verstehen, ne? Ne, doch. Eigentlich schon. Wäre cool, wenn ich es verstehen würde. Aber das kann man auch rumprobieren, glaube ich, herausfinden. Zumindest habe ich das, glaube ich, mal so gemacht. Ah ja. Das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Schon mal nicht rot. Oh. Ah, guck mal hier. Ah. Warte, der eine, der Stern war richtig. Der Stern war richtig. Den lasse ich mal da unten. Den Stern lasse ich mal da richtig. Ja, oder war das gar nicht der Stern? Ich weiß es gar nicht mehr. Tatsächlich so. Wollen wir hier oben auch mal ein bisschen rumspielen. Ne, das war falsch. Aber er hat sich schon mal gedreht. Okay. Ne, jetzt war mal ein Stern. Das ist, glaube ich, Bullshit. Ah, wir kommen der Sache näher, Freunde der Sonne. Okay. Tada. Geht doch. Ich habe keine Ahnung, ob man das auch irgendwie logisch sich zusammenreiben kann. Aber manchmal hilft es auch ein bisschen, herumzuprobieren. So. Äh. Ja. Jetzt läuft die Maschine wieder. Jetzt haben wir ein drehendes Teil. Das ist ja toll. Sinnlos drehende oder hüpfende oder pendelnde oder stampfende Teile findet man fast immer an Gnomenmaschinen. Es ist sowas wie ihr Markenzeichen. Es unterscheidet ihre Maschinen von guten Maschinen. Sinnlos drehend ist es... Ja gut. Haben wir jetzt neue Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie uns das jetzt erstmal weiterhilft, dass sich da jetzt was dreht. Ey, nicht lenken. Nicht lenken. Stopp. Danke. Ja, wir können da jetzt was reinhauen. Und weg damit. Ah ja. Da ist Ende. Okay. Was wir damit jetzt noch anfangen können, das müssen wir erstmal noch herausfinden. Aber ich würde vorschlagen, für den gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Part erstmal zu Ende. Wir haben eine tolle Gnomenmaschine wieder in Gang gesetzt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war und ob hier nicht jetzt bald alles in die Luft gejagt wird. Aber ist auch egal. Wir werden schon irgendwie überleben. Bis zum nächsten Mal, euer Akkus. Auf Wiedersehen. Tschüssi Koski.